Hallihallo, hier ist euer Lifehacks und herzlich willkommen zu den Twitch Drops im Februar. Das ganze Event ist in zwei Phasen geteilt und nennt sich Luna Festival. Und die erste Phase beginnt am 17.02. um 13 Uhr und endet am 20.02. um 13 Uhr. Hier eine Übersicht, was es alles zu gewinnen gibt. Und ihr seht schon, ja, es geht wieder Richtung Twitch Skins. Also es gibt eine neue Skin Rüstung von Twitch Drops. Und Phase 2 beginnt am 20.02. um 13 Uhr, quasi direkter Übergang und endet am 23.02. um 13 Uhr. Hier ein Überblick für die Gewinne der zweiten Phase. Übrigens, ihr müsst in jedem Event acht Stunden zuschauen, um im Optimalfall alles zu kriegen. Und, ja, aber es lohnt sich. Genau, das ist der Hauptgewinn quasi bei den Events kombiniert. Gibt es diese Rüstung? Quasi eine Recaller von der, ich glaube ich, November-Variante. Was sind die Regeln? Die sind einfach. Die kennt ihr alle schon. Und zwar, die Zusehzeit wird kumuliert. Das heißt, wenn ihr mal nur 10 Minuten könnt, guckt zu. Es wird alles angerechnet. Ihr könnt natürlich auch die Streams beliebig wechseln. Gar kein Problem. Ihr müsst nicht nur auf einem Streamer hängen. Ihr könnt bloß aber nur einer mit angerechnet. Und die Drops müssen abgeholt werden. Denkt an das Twitch Drop Inventar. Hier nochmal der Hinweis. Verknüpft euren Account, please. Und das ist sozusagen alles, was es gibt. Und ich wünsche euch viel Spaß bei den Twitch Drops. Oh, Lifehacks. Macht's gut.